Jetzt bin ich in Links Hauptbahnhof. Es ist ganz schön hier. Ich habe gerade schon was gelesen mit München gecancelt. Ich gehe jetzt mal zum örtlichen Schalter. Die müssen Sie ja wissen. Ich werde mich da jetzt mal aufklären lassen, wie es denn jetzt für mich weitergehen kann. Ja, ich bin gespannt. Die ersten drei Stunden dieses schönen Tages habe ich echt in der letzten Bimmelbahn verbringen dürfen. Ich hoffe, dass Sie jetzt sagen, Herr Lava, schön, dass Sie da sind. Wir haben für Sie noch einen in der City Express angemietet. Das ist, glaube ich, aber ein bisschen utopisch. Na ja, wir werden sehen. Oh, uns kaufen wir gleich hier so ein Wasserpfeifchen. Dann machen wir einen schönen Tag in Linz. Epa!